Mein Name ist Sascha Rabe und ich habe letztens etwas gelesen, einen Blog, wo jemand geschrieben hat über Finanzthemen und dann hat er auch noch einen Link dabei gehabt, einen sogenannten Affiliate-Link. Immer dann, wenn jemand da draufklickt, dann kriegt der Geld von demjenigen, den er da verlinkt hat. An dieser Stelle ist meine Empfehlung, schau, ob der Blogger, ob derjenige, der etwas zu Finanzprodukten schreibt, eine Sachkundeprüfung abgelegt hat, ob er eine Beratungszulassung hat. Weil wenn er das nicht hat, dann die Finger davon lassen, dass es jemand, der nachweislich keine Ahnung hat, weil sonst hätte er die Zulassung und der verdient sein Geld mit diesem Affiliate-Links. Ob die Produkte gut sind, die dahinter liegen, kann der selber gar nicht beurteilen und du dann wahrscheinlich auch nicht. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann ruf mich an, dann schreib mich an.